Das Dorotheum existiert schon seit 1707, ist das größte deutschsprachige Auktionshaus und hat den größten Juwelier Österreichs. Mein Arbeitgeber ist das Dorotheum und wir haben die Bereiche Juwelier, Pfand und Auktion. Ich bin als Filialeiterin im Dorotheum tätig. Meine Filiale repräsentiert im kleineren Rahmen das große Unternehmen. Wir haben Juwelier und Pfand unter einem Dach und wir organisieren regelmäßig sogenannte Schnupper-Auktionen. Meine spezielle Aufgabe ist eben die Kundenberatung. Ich habe natürlich auch den Zusatz mit der Key-User-Ausbildung. Das heißt, ich bin auch für die organisatorischen Tätigkeiten im Hintergrund zuständig. Meine Jobbezeichnung ist Silberexperte und das heißt, Kunden kommen zu mir mit Silberstücken. Ich schaue mir die an, da handelt es sich meistens um Tafelsilber oder Silberzieherobjekte und dann wird es eigentlich online gestellt zu einer Auktion eingeteilt. Ich bin Schätzmeister im Dorotheum und bewährte Schmuck, hochwertige Uhren, Goldmünzen, Goldbahnen, Smartphones, Tablets, Notebooks. Machen auch Einbringungen für direkte Auktionen oder für den Handel. Mein Arbeitsumfeld gefällt mir wirklich sehr gut. Die Lage des Dorotheums ist wunderschön. Direkt im ersten Bezirk in Wien, dann natürlich dieses traditionsreiche Haus von der Architektur her alleine ist ein Traum. Mein Arbeitsplatz ist hier in einem Einkaufszentrum. Das gefällt mir sehr, sehr gut dort. Von der Ausstattung her sind wir natürlich bestens ausgestattet. Im Bürobereich haben wir auch alles, was wir brauchen, wirklich für die Warenannahmen. Die Benefits vom Dorotheum sind vergünstigte Theaterkarten und Museeneintritte. Wir haben einen Sportverein, wir können günstige Kleidung, Schuhe und bei Apotheken bestellen. Dann gibt es natürlich auch Rabatte im Bereich Reisen, vor allem in Hotels, speziell in Hotelketten. Unter anderem natürlich auch bei Telefonanbietern, da bekommen wir auch Sonderkonditionen. Die Karrierechancen sind beim Dorotheum zum Beispiel Filiale, da kann man werden, Schätzmeister, Revision-Schätzmeister, man kann Schätzmeister für Ausbildungen sein. Es gibt verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten, kommt natürlich ganz auf den Bereich an, in dem man tätig ist. Immer wenn es die Möglichkeit gibt, sich zu verbessern, gibt es auch ein offenes Ohr, wo man das eigentlich anbringen kann. Das Unternehmen organisiert immer interne Schulungen für die Mitarbeiter. Und natürlich haben wir von der ganzen Basisschulungen bis zu Führungskrafttraining viele verschiedene. Meine letzte große externe Schulung war der Diamantkurs. Ja, wenn ich an das Unternehmen denke, dann denke ich so ein bisschen an ein klassisches altes Wiener Unternehmen, das aber nie den Puls zur Zeit verloren hat. Wir sind im europäischen Raum eigentlich eines der erfolgreichsten Auktionshäuser und das ist sicherlich deswegen, weil wir einfach nicht stecken geblieben sind, sondern mit der Zeit gegangen sind. Das Dorotheum steht für Beständigkeit, Vertrauen, Seriosität und geballtes Expertenwissen.